Ich war zwölf Jahre lang Geschäftsführer einer Großraumdiskothek. Fragt mich alles. Ist es immer noch so, dass an bestimmten Tagen, bei bestimmter Musik mehr Umarmungen sind? Definitiv. Je spezieller das Publikum event ist, desto mehr harmoniert das Ganze. Dadurch, dass wir knapp 2000 Leute Fassungsvermögen haben und drei Musikbereiche decken wir aber immer mehrere Zielgruppen ab. Typisch Großraum eben, Masse statt Klasse. Deiner Erfahrung nach, welche Musikrichtung hat die angenehmste Fanbase? Um generell echte Liebhaber des jeweiligen Stils. Also Leute, die wirklich für die Musik kommen. Am prominentesten wohl die echte Techno-Szene. Wie stark hat euch die Einführung des Rauchverbots getroffen? Mich hat es damals, als ich noch Raucher war, echt genervt. Und würde ich nicht sagen, klar haben alle, mich eingeschlossen erstmal gemeckert, aber einen daraus resultierenden Umsatzrückgang konnten weder ich, noch mir bekannte Betriebe verzeichnen. Abonniert für mehr. Liebe Grüße, euer Koa Amann.